Ich bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstand. Viel Glück. Soap. Soap. Sagt Bescheid, wenn ich das Tor passieren kann. Sicher. Los. Los. Greif auf die Kamera da vorne zu. Such nach Bedrohung. Nimm nicht Schusswaffe. Kannst losgehen. Einer rechts. Schieß auf ihn. Einer zu deiner rechten. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Sag's ihr noch. Bleib besammelt, Sergeant. Sie töten bei uns oben. Ich muss nicht ran. Müll-Container zu rechts. Einer auf Patrouille innerhalb des Stacheldrahts. Einer in der Ecke. Schieß auf ihn. Bewegt dich, Ghost. Nach links. Schieß hinab. Geh hinter den Truck. Ein guter Platz für eine Ladung. Sieh jetzt aus. Unbeplatziert. Und weiter. Drei Shadows voraus. In einem Truck. Du brauchst eine Ableckung. Dein Spezialgebiet liegt aus. Er geht auf die Elektrik zu. Er zeigt, er hat mich auf dem Elektronen. Jetzt. Jetzt. Ich bin ziemlich guter Lieutenant. Ich kenne besser. Wen? Mich. Geh nach links. Geh hoch. Geh hoch. Sicher. Los. Warte dort. Bestätige, wenn die Luft rein ist. Geh runter. Los, jetzt. Ist ja ein Pick-up, den du sabotieren kannst. Schau die noch aus. Schau die noch aus. Am Boden. Am Boden. Platziere die Ladung. Grünes Licht. Grünes Licht. Einer ist dir am Weg. Ich empfehle deine Klinge. Deine Klinge. Sieht gut aus, Lieutenant. Nach rechts. Nach rechts. Zeig ihm, was du mit dem Messer kommst. Gute Nacht, Naschloch. Du kannst die Ladung platzieren. Geh auf die Seite der Kiste. Keine Gefahr. Bewege dich. Bewege dich. Gehe hinter den Truck. Truck in Truck. Truck in Truck. Scheint sicher. Sicher. Leck los, Lieutenant. Gute Arbeit. Wir sind hier fertig für mich. Haben wir alle für den Truck gefunden? Perfekt.